Heute möchte ich mit dir ganz gerne über Solana sprechen, denn Solana stürzt nicht nur ab, sondern ist tatsächlich das siebte Mal insgesamt nun ausgefallen. Warum das nun stattgefunden hat, welche Probleme Solana hat und ob es überhaupt Sinn macht, Solana noch zu halten, darüber sprechen wir jetzt. Und damit ein herzliches Hallo, ich hoffe du bist wunderbar in diesen Tag gestartet. Lass gerne noch schnell einen Daumen nach oben da und schreib einen Kommentar, das würde mir und dem Video extrem helfen. Wie gerade schon angekündigt, möchte ich ganz gerne mit dir über Solana sprechen. Solana gehört mit zu den schnellsten Blockchains der Welt, wenn nicht sogar oder gilt nicht sogar als schnellste Blockchain der Welt. Doch das große Problem ist, dass das nächste Mal Solana ausgefallen ist. Wir sprechen hier also vom siebten Mal in wenigen Monaten und das ist natürlich alles andere als das, was wir hier eigentlich von einem stabilen Netzwerk so zu erwarten haben. Wenn wir uns aktuell so die Bewegungen angucken, da sehen wir ein sehr, sehr eindeutiges Bild. In den letzten 30 Tagen ging es um die 37 Prozent, nach unten in den letzten sieben Tagen 9 Prozent. Und heute steht ein Minus von ungefähr 0,7 Prozent auf dem Tag und natürlich nicht die größten Bewegungen. Wir werden uns aber auch gleich nochmal die Uptime History angucken und auch darüber sprechen, warum eigentlich Solana so häufig Absturz bzw. nicht mehr verfügbar ist und die Blockchain dann nicht mehr genutzt werden kann. Das Ganze ist relativ eindeutig. Am Samstag, also den 30. April gab es letztendlich den letzten Crash, der stattgefunden hat. Das war quasi der letzte Blackout, denn dort hat wieder eine Armee von Bots das Netzwerk angegriffen und damit also unglaublich viele Daten einfach an alle möglichen Knoten geschickt. Das Ganze geschah während eines NFT-Mints, genannt Candy Machine und da ging es natürlich darum, dass es gerade die Erstellung der NFTs gab, das Minden der NFTs und dann wurden diese NFTs natürlich auch direkt in Auktionen und so weiter angeboten. Das Netzwerk craschte aufgrund der Last letztendlich und musste dann am Sonntag komplett neu gestartet werden. Der Kurs fliegt dann lediglich um 2%, aber ich glaube, wenn man sich darüber mal im Klaren ist, was hier jetzt eigentlich passiert ist und vor allem wie häufig Solana aktuell abstürzt, da verliert man doch langsam aber sicher das Vertrauen in das Netzwerk, gerade wenn es um diese Sicherheitsfaktoren geht. Wir können uns einmal die Daten von Solana angucken, denn sie haben auf ihrer Statusseite status.solana.com eben auch die Uptime zum Beispiel mit drin. Und wir können einfach mal in die Vergangenheit zurückgehen. Das ganze Netzwerk ist hier quasi seit dem März 2021 online circa, wenn wir uns die Daten nämlich hier angucken oder beziehungsweise seitdem wird es getrackt. Und wenn wir dann hier mal durch scrollen, dann sehen wir hier auf jeden Fall, dass das letzte oder das erste Problem, was wirklich aufgetreten ist, hier circa am 2. September beziehungsweise dann am 14. September aufgetreten ist. 17 Stunden war das Netzwerk nicht erreichbar und das können wir hier auch relativ gut nachvollziehen. Hier haben wir uns auf einem guten Peak eben gerade befunden zu dem Zeitpunkt. Ungefähr 188 Dollar standen auf dem Tacho und am 14. gab es dann die negative Neuigkeit und zack ist der Preis dann hier erstmal auf 132 Dollar, vielleicht sogar 123 Dollar gefallen. Das Ganze konnte dann aber wieder korrigiert werden und dann gab es einige Monate erstmal kein Problem. Im Januar 2022 gab es dann richtig große Probleme. Wir sprechen nur noch von einer Uptime von ungefähr 96,43 Prozent. Im Vergleich dazu übrigens, ETH und der Bitcoin sind noch nie offline gewesen in der gesamten Zeitspanne, seitdem eben diese beiden Coins am Markt letztendlich gehandelt werden können. Und das ist natürlich ein Armutszeugnis für Solana. Das heißt also hier am 6. Januar, dann am 7. Januar, am 8. Januar gab es massive Probleme. Am 9. Januar ging es dann weiter. 10. Januar, 11. Januar, 12. Januar. Und erst dann konnte das Ganze wieder gelöst werden. Trotzdem gab es im Januar dann nochmal Outages und das Ganze ist natürlich alles andere als positiv. 6. Januar, da können wir uns den Preis auch gerne nochmal angucken. Das ist also dann hier hinten irgendwo gewesen. Das heißt, hier waren wir dann noch bei ungefähr 195 Dollar. Der Preis ist schon etwas gesunken und dann gab es aber quasi diese Ausfallzeit und dann gab es einen massiven Abverkauf, weil eben auch hier wieder das Vertrauen dann weg war. Alles andere als positiv also. Und nun haben wir, wie gesagt, das nächste Problem, das wieder aufgetreten ist, hier am 30. April bzw. am 1. Mai, als das Netzwerk dann neu gestartet werden musste. Das Ganze hat vor allem damit zu tun und das bringt Justin Bonds relativ gut auf den Punkt, dass wir hier eben ein Netzwerk haben, das wie alle anderen großen Blockchains eine nicht-deterministische Blockerstellung nutzt. Das bringt der gute Justin Bonds relativ gut auf den Punkt und zwar sagt er, dass vor Solana fast alle großen Blockchains eine nicht-deterministische Blockerstellung genutzt haben. Diese sorgt vor allem für Sicherheit und Zensurwiderstand, denn niemand konnte vorhersagen, wer den nächsten Block erstellt. Solana verwendet aber Proof of History und hat damit also eine deterministische Blockerstellung zur Folge. Das bedeutet also, dass es möglich ist, den nächsten Blockproduzenten zu erkennen und anzugreifen. Im Umkehrschluss bedeutet das aber wiederum, dass eben ein Angreifer nicht das gesamte Solana-Netzwerk angreifen oder attackieren muss, sondern lediglich die nächsten 100 Validatoren und das ist natürlich deutlich einfacher, als ein komplettes Netzwerk anzugreifen und damit eben auch alle Validatoren. Denn aktuell sind knapp 1.700 Validatoren aktiv im Solana-Umfeld. Im Vergleich dazu zum Beispiel mal die Zahl von Cardano, da sprechen wir von fast 3.000 und wenn es um ETH geht, da sprechen wir mittlerweile von weit über 300.000 registrierten Validatoren, die dann letztendlich aktiv werden, wenn das Thema Proof of Stake letztendlich wirklich läuft, weil ja die Umstellung von Proof of Work auf Proof of Stake gerade durchgeführt wird. Das heißt also, die Angreifer können im Solana-Kontext relativ einfach fungieren. Sie wissen also, wer der nächste Blockproduzent ist und können dann natürlich einfach anfangen, großflächige DDoS-Angriffe zu fahren, um dann also das Netzwerk unter die eigene Kontrolle zu bringen bzw. es dann eben offline gehen zu lassen. Und das hat natürlich massive Auswirkungen, eben häufig auch auf den Preis. Es gibt dann hier nämlich immer wieder größere Abverkäufe, weil einfach das Vertrauen natürlich in diesem Netzwerk dann verloren geht. Wir sehen also maximale Probleme im Solana-Netzwerk. Auf der anderen Seite gibt es aber Utility. Wir sprechen ja von einem wirklich schnellen Netzwerk. Wir sprechen hier ja eben auch von einem Netzwerk, was bis zu 50.000 Transaktionen pro Sekunde umsetzen möchte, mit quasi nicht existierenden Gebühren. Aktuell sieht die Realität aber etwas anders aus, denn die reale Geschwindigkeit beträgt ungefähr 1.300 Transaktionen pro Sekunde. Immer noch kein schlechter Wert, so ehrlich müssen wir sein. Das ist im Vergleich zu ETH zum Beispiel gar kein so schlechter Wert, denn hier sprechen wir lediglich von ungefähr 14 Transaktionen pro Sekunde und haben im ETH-Umfeld horrende Gebühren, aber das ganze Thema kennen wir ja. Jetzt nun aber nicht mehr auf Solana zu vertrauen, ist natürlich eine problematische Geschichte. Sie haben ja letztendlich Utility mit ihrem Coin und sie schaffen es eben auch zum Beispiel im Smart-Contract-Umfeld aktiv zu sein, immer neue Produkte auf den Markt zu bringen. Auch im NFT-Sektor sind sie sehr aktiv und haben es eben geschafft, dort zu den größten Plattformen überhaupt zu gehören. Auch OpenSea zum Beispiel hat nun die NFTs der Solana-Blockchain nun mit integriert. Wir sehen hier also definitiv Fortschritte und Weiterentwicklungen. Doch so richtig positiv möchte sich Solana dennoch aktuell nicht entwickeln. Ich glaube, hier müssen die Entwickler einfach aktiver werden und Lösungen dafür finden, wie man also in Zukunft das hinbekommt, dass vielleicht dann doch die nächsten Blockproduzenten nicht mehr zu erkennen sind und dadurch auch nicht mehr angegriffen werden können. Denn am Ende steht und fällt natürlich alles mit der Uptime. Da hat natürlich auch viel Vertrauen mit dazu geführt, dass Solana eben innerhalb kürzester Zeit, denn so alt ist das Netzwerk noch gar nicht oder der Coin noch gar nicht, in die Top 10 nach oben schießen konnte, um dort die Position zu behaupten, muss also sehr, sehr viel nun passieren, um sich also diese Vertrauensbasis wieder zurückzuerobern und eben auch die Community dann wieder zu stärken. Ich bin also sehr gespannt, wie Solana das versucht anzustellen. Gerade sieht das alles andere als positiv aus und ich werde euch diesbezüglich natürlich auch auf dem Laufenden halten. Doch die Frage ist natürlich, wie siehst du das Ganze im Solana-Umfeld? Glaubst du, dass diese Abstürze noch häufiger auftreten werden? Oder ob Solana das ganze Thema überhaupt überwinden kann? Schreib es doch gerne mal unten in die Kommentare. Gut, ich hoffe, dir hat dieses kurze und informative Video gefallen. Falls es so war, dann lass gerne noch schnell einen Daumen nach oben da, aktiviere die Glocke und abonniere den Kanal, um auch die nächsten Videos nicht zu verpassen. bis zum nächsten Mal zu oder bei der Glocke zus 금